Ich glaube, es klingt aber schöner, oder, als wenn ich jetzt voll gesenkt daherrede, oder nicht? Ich bin Anna und ich bin Fahrdienstleiterin bei den ÖBB. In meinem Job koordiniere ich jeden Tag den sicheren Zugverkehr, wickele Baustellen ab und bin für alle Verschubtätigkeiten verantwortlich. Zu meiner Berufswahl bin ich durch einen guten Bekannten gekommen. Ich habe den Job total interessant gefunden und habe mich informiert und dann gleich beworben. Mein Job ist wichtig, weil ich täglich sehr viele Menschen sicher ans Ziel bringe und Menschen, die täglich pendeln, sind bestimmt froh, dass es uns gibt. An meinem Job ist besonders, dass er abwechslungsreich ist und Teamwork erfordert. Dadurch muss jeder seinen sicheren Beitrag dazu leisten, dass alles gut läuft. Die ÖBB zeichnet als Arbeitgeber aus, dass der Teamgedanke ganz groß geschrieben wird, mein Job krisensicher ist und dazu gibt es noch einige coole Benefits. Stell dich vor für deinen Job mit Sinn als Fahrdienstleiterin bei den ÖBB.